Wir haben heute einen geilen Stream vorgehabt, der Postbote, die Pakete sollten erst bis 18 Uhr kommen, dann bis 19 Uhr, dann bis 22 Uhr und am Ende kam der gar nicht. Es war ein Tag voller Tränen, ein Tag voller Arbeit, der Postbote sollen meine Eier lecheln. Leck meine Eier! Leck meine Eier, Pakete! Leck meine Eier! Leck deine Eier! Leck deine Eier! Oh mein Gott, shit, Alter. Ey, einmal Latten schießen oder Kylie Jenner Lipstick Challenge. Ja, Junge, ja, Junge, ja, damit ich wieder diese scheiß Lippenkacke machen muss. Was willst du? Wir machen den Timer jetzt hier an. Ich hab Angst vor sowas, Bruder. Einer hat mir gesagt, meine Lippen kann reißen, ja. Ja, dann fang an. Wassermelone, Wassermelone. Wassermelone, 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 Wassermelone. Ey, Chet, 10 Minuten ist zu viel, Bruder, ja. 15 Minuten, Junge. Chet, aber ich hab hier einen Lippo-Ria. 2, wir sehen uns in 10 Minuten. 3, 2, 1, go. Lion, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3 und 3 sind gespellt. Lion. Wassermelone, Wassermelone, Wassermelone. Wassermelone. Saug, 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 saug! Fynn, 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 Ballon! Junge, du musst 10 Minuten, das geht schneller! Geht schneller als du denkst? Ich versteh dich nicht. Wieso, wir sollen sowas verstehen! was denn was denn ich schaff das nicht was machst du bist du doof du brichst am finger lass mal los ich hoffe mutter lass mir ist schwindelig ich versteh das nicht muss englisch hören i feel dizzy you feel dizzy ich schwöre mir ist schwindelig noch vier minuten so schlimm auf ernst also ich kann dich das ich weiß nicht ob du was ernst mein der xmv06 hat den zehnten monat abonniert wasser du kannst du eh nicht trinken du bist du bist schon ein hellenloses kidnap ey pass auf mich hier und jetzt? lecker geil geil jawoll noch tiefer noch tiefer 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 eine minute 28 du hast es fast geschafft noch fester noch fester das bringt nichts der will durch die nase trinken bist du doof bruder ui ui der ist weg alter noch 37 sekunden gordon ok 5 4 unterstrichen, unterstrichen Mann hat gerade abonniert der buh Mann 3 2 1 5 5 Minuten nochmal 5 Minuten wir machen 15 Minuten draus So, 15 Minuten für Jordan. Let's go! Ich schwöre, mir ist schwindelig. Ja oder nein? Irgendwie schwindelig, Freunde. Was kann man machen? Nimm das Ding ab! Ey, jeder sagt ab, 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 ab! Ey, John, John, dir geht's gar nicht gut. 2 Minuten, äh, 2,5 Minuten noch. Guck mal, stell dich einfach hier in die Mitte. Augen zu. Genieß es. Ja, brich doch ab, was machst du da, Bruder? Noch 5 Minuten, 3, 2, 1. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Nein! 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 Du siehst aus wie Kalle Jenner! Oh, mein Gott, nein! Ey, Jackson, ab, 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 ab! Ab, 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 ab! B dab, ab, 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 ab! Arrrr, oh! Schleifft dem Lied! B dab, ab, 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 ab! Oah, ab, ab! Deine Kraft, gut barra! Gib mal ein Kuss hin. Oh mein Seitenprofil Geh mal da dran Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ruf Feuerwehr Ruf Feuerwehr Ey Ruf Feuerwehr Das bleibt für immer Nie wieder weg Ey Ruf Feuerwehrwehrwehr Wie siehst du aus Bruder Wie siehst du aus Bruder Ey du siehst aus Oh mein Gott Nein Schnell rein Ruf Feuerwehrwehrwehrwehrwehrwehritaire Nein Nein Haaa Oh Was hast du für dicke Lücken Was hast du für dicke Lücken Bah Baaaa Oh mein Gott, das sieht in real life noch krasser aus, ne? Oh, Steven David! Shake that booty! Oh mein Gott, ich hab mir die Klockenkrankheit. Oh shit! Oh shit! Mein Vater auf mich, ich schwöre mein Vater auf mich. Ich kann so nicht nach Hause, Bruder. Ey, was kann man machen, Chet? Schnell, das muss weg. Shit! Du bist nicht Jordan. Boah, Bruder, ich bin ne Hund, Junge, ne Hund bin ich ja. Du bist nicht Jordan. Das ist Georgina! Ey, Freunde, kommt drüber auf den Tisch, ja. Georgina, Junge! Oh mein Gott! Der macht das immer so unspektakulär, Alter. Bei dir, ich hab dich so gepusht, Alter. Mir geht's nicht gut, du checkst das nicht, ja? Ich schwöre, mir geht's nicht gut, ja? Du Hund! Du Hund! Du Hund! Du Hund! Boah! Batschett! Da ist alles voller Spucke, Junge. Soll ich dir das nochmal erklären? Warte, ich schreib dir das nochmal auf, hier. Halt mir die Fresse. Ey, Savi, wie lange doch, ja? Du musst jetzt richtig saugen, Bruder. Wenn du eine Rese liebst deine Lippen. Halt die... Oh, okay. Saug! 30 Sekunden saug! Boah, wie viel... Boah, wie viel... Na, Bruder! Warte, ey! Spucke! Warte, ey! Warte, ey! Warte, ey! Spucke! Mach das... Bruder, ich hau dir gleich deine Zähne raus. Ey, wenn du das rausmachst, mach es hier, dann wird so viel Spucke... Ey, Chat! Drei! Zwei! Ey, Spuck da erstmal, Spuck erstmal deinen! Eins! Cut! Cut! Junge, guck mal! Das... Ich hab doch gesagt, das geht nicht! Ey! Junge, ich kommuniziere mit dir! Du antwortest mich nicht! Was war das? Was war das? Ich sag doch! Was war das? Du redest doch nicht mit mir! Was war das? Da ist nichts passiert! Das war einer zu viel, ja, sag dir ernsthaft, Bruder. Ich schwöre, das war einer zu viel. Bruder! Ich schwöre, das war einer zu viel. Du wolltest es nicht verstehen! Halt dein Interesse! Wenn du mich einmal noch heute anfasst, ne? Schau dir alle deine Zähne raus, ja? Was soll ich das wissen, Alter? Michi, wissenschaftler! Du hast doch grad selber geschaut wie ein Schwein! Da ist normales da Spuck hier drin, Bruder, aber das... Bruder, mitgemacht ist weg! Geh raus aus dem Raum und zieh dir neue Hose an, Bruder!